Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es um den User Input und zwar ist es in den meisten Shootern vielleicht so, dass die Türe automatisch aufschwingt, aber auch nicht in allen und in den allermeisten Rollenspielen werdet ihr ein Key irgendwie drücken müssen, also irgendwas auf der Tastatur wie E oder F oder sowas, damit die Türe aufschwingt. So und genau das wollen wir jetzt heute machen. Wir wollen einfach sagen, okay, wenn der User hier in diese Box reinläuft, dann soll die Türe nicht automatisch aufschwingen, sondern dann soll bloß der User die Möglichkeit haben, hier ein Key zu drücken, also eine Taste zu drücken und dann schwingt die Tür auf. Okay, also wie machen wir das? Naja, wir gehen her und sagen erstmal, wir brauchen irgendwas, was dem User sagt, hey, du kannst jetzt hier was drücken und die Türe wird für dich aufschwingen. Dazu gehen wir einfach mal zu unserer Türe hin und adden eine Text Render View. Also wir gehen her und packen das hier rein, damit wir überhaupt irgendwas sehen können. Ähm, so, wunderbar. Ich mach's in die Nähe von dem Türknauf, damit man weiß, dass hier in etwa, ähm, ja, dass es sich um diesen Türknauf handelt. Man hat so ein bisschen das Gefühl von Interaktivität, wenn da was dabei, äh, wenn man, wenn man in der Nähe von diesem Objekt ist und dann schwingt die Türe auf, dann denkt man, oh, man hat gerade den Türknauf betätigt. Ich werde jetzt hier einfach nur E reinschreiben und, ähm, das ist auch schon alles. Was wir jetzt hier noch machen können, ist, wir können ganz normal, wie immer, ähm, alles mögliche Zeugs ändern, also wir können hier das Material ändern. Wir können das Material von dem Text ändern, hier die Schriftart können wir ändern, ähm, wobei ich keine Ahnung hab, was für Schriftarten ich sonst noch hab. Ähm, genau, also wir haben hier einen Haufen Möglichkeiten, aber wir lassen es jetzt einfach mal alles so per Default. Und was wir jetzt noch ändern, ist, wir setzen hier das Sichtbar auf Weg. Denn, was wir haben wollen, ist, wenn der User hier in diese Triggerbox reinläuft, dann soll er erst die Nachricht sehen, aha, ich kann jetzt E drücken, damit die Türe aufgeht. Und nicht schon quasi ganz am Anfang, wenn er Spawn steht, an jeder Türe eh dabei, das ist ein bisschen nervig. So, und deswegen gehen wir jetzt hier wieder auf den Event Graph rüber und sagen, okay, diese ganze Geschichte hier soll eigentlich überhaupt nicht passieren, wenn er in diese Box reinläuft. Sondern sie soll erst passieren, wenn er auch wirklich den Input betätigt hat. Deswegen mach ich jetzt hier mal, äh, schieb das mal hier runter und sag hier, das ist die Türanimation. Okay, so, und wenn er jetzt hier in diese Box reinläuft, dann soll was passieren. Und zwar soll man den Input sehen können, beziehungsweise, äh, was heißt den Input sehen können? Der Input soll möglich werden und man soll diese Türe hier, äh, man soll diesen Text Trainer bei der Türe sehen. Okay, also, was wir als erstes brauchen ist, wir wollen den Text Trainer sehen. Und dazu machen wir mal Toggle Visibility, den kennen wir doch schon. Und hier unten wird uns gleich vorgeschlagen, mach doch ein Toggle Visibility für den Text Trainer. Genau das haben wir gebraucht. So, nein, ich möchte keinen Faden ziehen, sondern ich möchte dich da runter schieben, damit es einigermaßen passt. Okay, so, genau dasselbe soll passieren, wenn wir rauslaufen aus der Box. Denn, wenn man etwas toggelt, dann ist es so, am Anfang ist es aus. Das heißt, wir spawnen aber auch außerhalb von der Box. Das heißt, wenn wir reinlaufen in die Box, dann wird es getoggelt, sprich, es wird sichtbar. Und wenn wir rauslaufen aus der Box, wird es wieder unsichtbar. So sparen wir uns einfach ein paar, nicht zeigen Code, aber wir sparen uns auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, sagen wir es mal so. Okay, was wir jetzt haben wollen, ist, nach diesem Sichtbarmachen, danach, das ist dieser Exec-Pfeil hier, danach soll was anderes passieren. Und zwar, wir wollen dem User die Möglichkeit öffnen, irgendwelche Eingaben zu machen. Dazu sagt man nicht irgendeine Eingabe spezifisch, sondern man sagt allgemein, er hat jetzt Möglichkeiten, irgendwelche Tasten zu drücken, um mit der Türe zu interagieren. Das heißt, es ist vielleicht auch wichtig, dass sich nicht 100 Türen bei euch überschneiden, sonst werden die alle auf einmal aktiviert. Okay, was wir brauchen, ist Enable Input. Enable Input ist im Prinzip genau das. Wir wollen, dass der, steht sogar dabei, pushes this actor on the stack of input, being handled by a player controller. Ja, das heißt, wir packen diesen Actor, also diese Türe, packen wir sozusagen, oder generell, also nicht die Türe selbst, sondern den kompletten Blueprint, lassen wir drauf hören, ob der Player jetzt irgendwelche Tasten drückt. Und dazu brauchen wir hier aber noch einen Player Controller. Naja, es könnten ja mehrere Spieler sein, also es könnten, keine Ahnung, es könnten 5 Spieler Game sein. Und deswegen brauchen wir einen einzigen Player. Das heißt, wir müssen hier einfach Player Controller mal eingeben, Player Controller. Und schon haben wir hier die Möglichkeit, get Player Controller. Okay, so, und jetzt haben wir hier noch was. Der Player Controller, dazu werden wir natürlich noch gesondert Videos machen, aber wir haben jetzt hier Player Index 0. Warum 0? Naja, Player Controller ist ein sogenanntes Array, auch dazu werden wir noch separat ein Video machen. Aber die Dinger fangen an, bei 0 zu zählen. Das heißt, unser erster Spieler ist Spieler 0, unser zweiter Spieler ist Spieler 1, unser dritter Spieler ist Spieler 2 und so weiter und so fort. Und wenn wir hier einfach eine 0 angeben, dann kriegen wir den ersten Spieler. Da unser Game aktuell ein Singleplayer ist, ist alles in Ordnung. Okay, das heißt, wir haben jetzt gerade den Input für unseren Spieler 0, also uns, möglich gemacht. Das ist alles, was wir hier oben brauchen. Jetzt haben wir den separaten Teil hier unten mit der Animation von der Türe, der wird getrennt. So, was wir hier machen ist, wir schreiben einfach rein, Enable, Input. Okay, das ist alles, was wir hier gerade brauchen. Jetzt müssen wir die Animation noch irgendwie triggern, denn anfangs, also hier ist ja jetzt noch gar nichts. Und was wir jetzt machen ist, wir sagen, okay, wenn der User E drückt, dann soll was passieren. Okay, naja, wie machen wir das? Und wir wollen einen Input verarbeiten. So, und jetzt könnt ihr hier mal ganz gerne rumscrollen und ein bisschen gucken, was ihr so alles findet. Wir haben Touch-Events, das ist normalerweise für ein Tablet oder für ein Smartphone gedacht. Wir haben hier Steam-Touch-Events, die sind für Steam gedacht, logischerweise PS4-Touch-Events und so weiter und so fort. Was wir hier oben finden, ist die Buchstaben von eurer Tastatur. Und hier einfach mal zu den Buchstaben, der euch gefällt, sprich ein E übrigens. Wir haben auch so ganz komische Dinger für die Franzosen unter euch. CDs oder sowas. Also all diese Dinger sind da. Was wir brauchen ist E. Und was wir jetzt machen ist, wir sagen einfach, wenn E gedrückt wird, dann spielt diese Animation ab. Perfekt. Wenn wir jetzt E wieder loslassen, dann können wir sagen, wir machen das Ganze rückgängig. Das heißt, solange E gedrückt wird, schwingt die Türe auf und wenn E nicht mehr gedrückt wird, schwingt sie wieder zu. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Wir können hier auch einfach sagen, okay, die Tür schwingt einfach nur einmal auf und wenn wir E nochmal drücken, dann schwingt sie wieder zu oder sowas. Also all diese Dinger können wir hier jetzt machen. Ich werde jetzt die Variante wählen mit dem Reversen. Das heißt, solange ich E drücke, schwingt die Türe auf und wenn ich E loslasse, dann schwingt die Türe plötzlich wieder zu. So, gehen wir hier auf Compile, Save und Play und probieren das Ganze mal aus. Super. Ich laufe jetzt hier rein, also ihr seht, hier ist noch nichts mit Textrender oder sowas. Ich laufe hier rein in die Triggerbox und unser Textrender wird aktiv. Hier steht E. Naja, dann probieren wir doch mal E aus und wenn ich E drücke, dann schwingt die Türe auf. Ich kann hier zugucken, wenn ich E wieder loslasse, schwingt die Türe zu. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich solche kleinen Feinheiten hier regeln, wie weit soll denn diese Türe aufschwingen und wenn ich jetzt ganz schnell bin, kann ich sogar durchlaufen. Wunderbar. Aber das Ding ist natürlich, ich kann immer noch hier einfach durch die Zune Türe laufen, was vielleicht nicht so geil ist. Könnt ihr natürlich noch verbessern, werden wir auch noch behandeln, wie. Und was ihr vielleicht auch noch verbessern könnt, ist, dass ihr dieses E hier nicht nur auf die eine Seite schreibt, sondern auch auf die andere. Und ja. Oder zwei Triggerboxen, wenn man in diese Triggerbox hier reinläuft, dann sieht man das E. Wenn man in diese Triggerbox reinläuft, sieht man das E auf der anderen Seite. Das könntet ihr jetzt zum Beispiel hier machen. Wäre eine super Übung für euch und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.